Für ihre Krabbenbürger. Da hast du komplett recht. Da sind wir wieder bei 3000. Naja. Jetzt ist hier wieder eingepegelt. Ey und wie es hier läuft! Krass! What the fuck? Krass beleuchtete Brücke mal. Erdbebensensor. Bringt halt nix wenn das Erdbeben schon da ist. Wir brauchen auch noch Geld um hier in den Highway. Das wäre auch noch ein teures Projekt. Ich hatte mir schon irgendwie überlegt das vielleicht über das Stadion laufen zu lassen. Aber das ist ja fast nicht möglich. Drüber? Den Highway so über das Stadion. Oha. Oder durch. Unten durch. Oh. Das wäre halt cool. Lass uns mal gucken wie wir es machen. Das wäre cool glaube ich. Durch eine Highway Brücke sehen natürlich. Knaller aus. Ja. Weißt du was? Probieren wir auch. Und zwar direkt jetzt. Let's go. Brauchen wir die vierspurige. Vierspurig? Halt halt halt. Junge Junge. Wo müssen wir hin? Da. Ja. Und. Stopp. Hä? Wir sind da Ampeln. Es läuft. Geil. Ja. Also ich glaube das ist unser bester Anlauf bis jetzt ne? Bisher glaube ich schon ja. Weil so gelaufen ist es noch nie. Komisch das hier kein Verkehrsfluss ist. Ja. Echt strange. Aber das sind jetzt. Guck. Das sind jetzt Hauptdinger hier. Und warum? Dicht besiedelt. Ja. Nur das bisschen dicht besiedelt und das hier fickt es alles weg. Mhm. Das heißt. Was? Würde Sinn machen, wenn der Highway nochmal ne Anbindung gibt und wir das hier abtrennen. Mhm. Und das gebietet ne eigene. Stimmt ja. Weil sonst eskaliert das glaube ich. Ja. Ja. Da hast du recht. Wie lange brauchst du ein Fußballspiel dort eigentlich? Keine Ahnung. Ein paar Tage sozusagen vom Datum her. 27.01.30 ist das nächste. Das kriegen wir heute auch noch hin. Mh. Mh. Alter wie viel Plus kann man machen? Oha. Woher auf einmal? Warte mal. Können wir den schon wegzahlen? Ja. Das machen wir auch. Geil. Okay guck jetzt. Jetzt geht's los. Mh. Let's go. Jetzt geht der Verkehr los. Boah sieht das krass aus mit den. Das sieht so cool aus. Ich feier das ja so hart. Mhm. Jetzt gucken wir mal kurz hier. Boots. Oha. Geil. Gute Ausgaben ficken. Ja klar. Aber gut es ist halt auch ein Dienst für die Leute. Ich meine es ist natürlich auch gut für die Leute. Und es gibt Zufriedenheit und umso mehr ziehen natürlich her. Ja. Umso zufriedener die werden. Mhm. Highway. Genau. Patrol. Higuai. Yo. Alter. Reicht das schon? Wow. Ah fuck. Wir werden halt zu viel Stützen brauchen ne? Mh. Scheiße. Dann wollen wir vielleicht doch drunter ne? Oben bleiben. Mensch. Ja. Ohne. Ist halt so unnötig. Man sieht halt komplett bescheuert aus. Ja. Wenn das jetzt hier gerade durchgehen würde. Ja das wäre geil. Hm. Scheiße. Dann brauchen wir aber auch nicht so hoch, wenn wir nicht übers Stadion müssen. Na. Was ist denn da? Noch nix. Oh. Ja. Ja ist noch ein bisschen hinziehen und dann könnte es passen. Ja. Ja. Das ist gut. Ja man. Da noch bisschen raus genau ja 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 ja. Ja. We can do this. Ja Lux gut Digga Geil Ist halt komplett unnötig Wegen Weil wieso Wir hätten es dran vorbeiführen Ja aber es ist doch ein nice aus oder nicht Ja aber es macht keinen Sinn Weil ich meine wir machen das Gebiet eh nicht größer Hier kommt eh ein anderes hin Deswegen hättest du auch einfach ganz normal hier vorbeilaufen können Weil das einfach kostenmäßig Jetzt komplett dumm war Aber gut Oh je und die Scheiße jetzt zurück Oh Junge Ach komm schon Was steht denn da alter Boah Snap doch nicht so rum hier Mein Gott Meine Fresse alter Das müssen wir gleich hinziehen Ne Das lassen wir so alter Wunderhübsch Scheiße man ja Perfekt Ohne die Mod müsstest du das jetzt so lassen Ja Das ist ja komplett white Was ist hier los? Ist doch egal Ja ist doch egal Das ist ja komplett behindert aus Wenn dann soll es gleich sein Das sieht ja aus Ja 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 Connecten Ja sehr gut So Noch hinziehen damit es schöner sieht und dann passt es Bist du zufrieden Ja Mit deinem scheiß komischen Projekt hier Das sehen wir gleich Was? Ob ich zufrieden bin oder nicht Wenn nicht dann musst du das Maul halten Ja Scheiße Was ist das denn alter Der musste ich ja machen Wie soll ich denn sonst machen? Ja Klar Keine Stütze auf der Straße Sehr gut Wurscherweise nicht Der klingt noch ein bisschen Ja genau Ja genau Das sieht jetzt mal nicht schlecht aus Nee wir müssen noch näher hier Bisschen noch ja 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 nicht ganz so neu Oh Junge Bist ich da zufrieden Weil es sein wird Echt? Oh was ist das denn? Ja Das war halt noch frisch gebaut gerade Okay Das wird halt nicht von selber Aber nur weil ich kurz wegguck Woanders hin Ja guck Weck Brücke Brücke flopst dich in den richtigen Zustand Genau Einfach da So langsam wird es Ja Das wird Das sieht doch richtig gut aus Bis hierhin Geil Scheiß Sieht schon gut aus Sieht richtig gut aus Sag ich doch Naja da habe ich ja nichts dagegen gesagt Ist halt komplett unnötig Das habe ich ja gesagt Das einzige was ich gesagt habe Ja aber sieht neues aus Digga Es ist halt kein Argument für den Bau Aber es ist geil Das ist was zu haben man Ja das könnte man vielleicht später machen Wenn man es braucht Alter Snapp mich so rum hier Jetzt muss hier ein Kreuz rein Ja Ein Kreuz Nämlich genau so eins Wunderschön So Ja schön verbunden Perfekt Und das war es Direkt Das ist das unnötigste Autobrückending Weiß Geil Ist die Brücke da an der Einstelle schon ziemlich tief oder täuscht das nur Wo Hier Hier Na ja die geht runter und dann Achso das ist weil die am Berg ist Ja weil die sind höhen unterschiedlich Was die zwei zueinander Ja aber nicht wirklich Du kriegst halt nicht anders hin Ist halt so Ja Man muss sich an die Landschaft anpassen Na ja eigentlich passt man ja die Landschaft an Ja gut stimmt Ja hast du recht Aber wir können jetzt auch noch komplett eskalieren lassen Und so Was kommt jetzt Wo war das Da war das Was kommt jetzt Unten drunter Rein Und also Tunneln oder Ist ja komplett unnötig Aber das oder was Jetzt kommt der Hiermit ist unnötig Ich glaube sein Schwein pfeift Nein ich habe kein Schwein Mein Schwein pfeift nicht Ich glaube schon Kann man auch einen Arsch offen haben Ich habe kein Schwein Das ist ja komplett unnötig Scheiße man Ist ja komplett unnötig Ja was du nicht sagst Alter Scheiße Es ist komplett unnötig Hallo Das ist immer so rumsnippt man So Da ist irgendwo ne Ja Strom unterbrochen Braucht man das noch die Ja die brauchen wir noch die Verbindung Über den Tunnel Richtig Über den unnötigen Tunnel Von der unnötigen Brücke Genau Komm mal her hier Schon wieder mit dem halben Kopf weg gewesen Stimmt Brauche ich noch schmälere Stühle alter Ja Achso wir haben uns ja gerade wieder hochbegeben Und deswegen ist noch ein bisschen gezoomt Ja das macht ja nötig Ok Den Heimer hast du sehr gut hinbekommen Aber ob das jetzt nötig ist Weiß ich ja nicht Ja Ja sagt es ihm nicht mir Ich wollte die Scheiße nicht so bauen Ich glaube du hast dir deinen unnötigen Teil auch noch Zu beigetragen also passt es Ja aber mein Teil Macht ja nicht mal Zwei Prozent aus Das sind vielleicht fünf Prozent alter vom ganzen Bau Ja stimmt Der Tunnel hat ein Bruchteil gekostet von deinem Scheiß da Ist ja okay alter Ist ein Scheiß ist okay Guck dir die Kacke mal an hier Ja was denn Was 7000 packt man heute nicht mehr Was 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 Gefängnis Zeigung schrauben Ey krass Hör mir auf Sechzig Tausend Aua Oh Oha Drei Stück im Einsatz Geil Pullis Steht sogar drauf Dass man das trotzdem Ja auch was Dass man das trotzdem noch lesen kann alter Ja Das ganze Ding hier ist die pure Nutzlosigkeit Ich würde es am liebsten alles weg machen Echt Halt das ganze was soll der Scheiß hier Ey ohne Witz Was ist das denn alter Also weißt du ich bin so einer ich sag Hitler war unnötig ne aber das hier Alter das so zu vergleichen So Was Lass mal vergleichen Ja jetzt schottest du das von der Stadt da ab und dann machst du so die Brücke zum Stadionbereich Let's go Das Ja Ja Dass dann alle Die hier hin wollen Über die Brücke fahren Nicht mehr über die Kreuzungen fahren Die dafür ausgelegt sind Sondern alle über die kleine Kackstraße Ja So siehts aus Damit hier an der Kreuzung an der Führspurring dann die Hölle los ist alter Genau So siehts aus Du weißt wie man Städte baut alter Ja So komplett unnötig einfach Was ist denn hier los jetzt Ey komm wie das so voll auf alt gemacht hier ist ja zu krass Ja Oha Sternberger Nice Die Polizeihelis sind durchgehend Mhm Ey wie kanns Also komm Musst du schon sagen Was sagt der Verkehr So krass war es noch nie So krass gut Das stimmt Guck dir das mal an wie Mhm Wie ist es abjizzelt Oh unser Geld Wegen Na wozu wollt man das benutzen Unsere U-Bahn ist noch gar nicht fertig Ja stimmt noch lange nicht für das wird doch niemals reichen Ne Mit 90.000 kommst du nicht weit Ja Einfach der Der volle Pessimist hier alter Nein Wolltige Form Endes mal weil da der Tunnel ist Mach so 26.000 So guck kommst nicht weit wir müssen nur noch zurück dann haben wir es geschafft Ja da hinten ist auch noch eine U-Bahn-Station Achso ups Ne Ne Sollen wir nochmal den Kredit nehmen Ja mach mal Warum auch nicht ne Aber ob wir zurückkommen Schwierig Ne Keine Chance Ja das kleine Stück schon 36.000 kostet hat dann kostet es nur über 100.000 Ja 120 Ja Alter Ja das wird teuer Scheiße man Oh hier sterben Menschen Sterben Menschen ich glaube eher dass die nicht abgeholt werden können Und vorher was passiert vorher Sterben sie Ja komisch he Ändert nichts daran dass sie nicht abgeholt werden können Ändert nichts an meiner Grundaussage dass da Menschen sterben Digga Das stimmt Deswegen baut Dommi ja auch gerade Genau Ja er spielt die ganze Zeit merkt ihr es nicht Ja ja Seit der ersten Folge spielt er Komplett Wann ist nächstes Spiel 30 Ah bald Sehr gut Ah bald Ah bald Ah bald Ah bald Uiuiui hier gehts langsam los du Da gehts langsam los du Mhm Ist da gerade ein Bus nicht auf der Buslinie gefahren? Äh ja Warum fahren wir hier auf der Buslinie? Da auch Hä Die fahren da halt wenn sie sie brauchen Macht der jetzt auch nichts aus So Alter Dann bauen wir mal den halben Weg Mhm Oh das wars Mhh Einen halben? Einen viertel Ja Scheiße man Ist das teuer Ey wie esst hier Wuselt Geil Boah Fahren wir mal mit Äh Warte mal lass mal von Da Jetzt holen wir dich tief alter Nice Tief du hält Told you height Ja Fahre der denn hin Finden wir es raus und wir mitfahren Huuuu Fährt im Kreishockey Boah Polizei und Krankenwagen Ach der wohnt hier Ah der wohnt hier Ah der wohnt hier In dem roten Haus Da hat er gerade Da ist er Ja Hat er gerade eingeparkt Will Smith Will Smith Wurr Geil Der Smiths Historisches Gebäude So Smith Street So dann müssen wir uns merken dass hier das Smiths Haus ist Und da wohnt sogar der Smith Will Smith Der wohnt nur der Ah ne und 2 sind ja auch noch Ok Da sind deine Eltern Grandpa Smith wohnt Lass mal einen in die Stadt rein fahren. Mit warm. Dem sind Autos aber laut. Elektroauto. Das erste mal wenn ihr das filmt, frage ich euch wo am Mond. Oh je. Jetzt guck mal hier. Bitte fahr auf die Brücke. Ja. Ja sehr gut. Und. Boah. Das ist ja krass. Ja. Das siehst du so gar nicht, dass das schon so. Mhm. Dass das schon so riesig ist. Guck mal. Ja krass. Ja jetzt sieht man es. Jo da hinten. Jo krass. Alter. What the fuck alter. Geil. Polizeiumschrauber auch immer unterwegs hier. Mhm. Such nach einem Verbrecher. Mhm. What the fuck. Krass. Und wo und jetzt der Smith? Ich hab schon nur vergessen. Da. Okay. Ich freu mich jetzt. Die stirbt halt auch mal. Irgendwann der Typ. Mhm. Dann ist es halt nicht mehr wohl Smith. Kacktal EU West. Alter. Dann ist Jadon Smith. Genau. So. Das sind die. Busteponien. Busteponien. Geil. Kacktal EU O-Ost. O-Ost. O-O-Ost. Scheißviertel. Scheißviertel. Und dann muss es noch geben. Kacktal EU Nord und Kacktal EU Süd. Stadion Side Alter. Ja. Boah Digga das hier. Boah. Also an der Kreuzung ist glaube ich heftig jetzt. Na und woran liegt das? An dem verschissenen Stadion. Und den. Nicht an dem Stadion. Und an dem dichtbesiedelten. An dem dichtbesiedelten Borgengebiets. Oh die werden krank. Brauchen ein krankenhaus. Ne wegen dem Windrad werden die krank. Ah. Da bringt das krank. Weil das dann auch nicht viel. Mhm. Ah da steht ja sogar eins LOL. Ist das noch eins? Nö. Nö. Ne. Dann halt nicht. So die Bestbürgermeister Stadt sind immer noch da. Ja. So. So.